Ja, herzlich willkommen, liebe Blackout-Skeptiker und Autarkie-Enthusiasten. Ja, ich bin heute noch immer beim lieben Christoph. Der Christoph ist nicht nur einer, der was beim Upcycling und Second Life für ein Tesla-Modell S, da sich was mit den Batterien einfallen hat lassen. Der Christoph und sein Vater sind die begnaderten Windenergie-Enthusiasten und ich werde euch mal ein bisschen was zeigen, was sie im Bereich der Windenergie machen. Und die können natürlich auch Holz vergasen und daraus Strom machen. Also, ich weiß gar nicht, wie viele Lobesworte ich aussprechen soll. Hier hat er jetzt gerade ein wenig gekämpft. Vielleicht haben die Jungs auch in den Kommentarleisten die eine oder andere Muße. Hier hat er sich ein 2-KW-China-Generator, ein Brushless-Permanentmagnetmotor besorgt. Und da hat er schon mit aller Hand Schwungscheiben herumgedoktert und ist nicht ganz zum Fahren gekommen, weil einfach der zu viel zurückhält. Vielleicht haben die einen oder anderen gute Ideen. Und ich werde euch jetzt einmal im Prinzip die Antriebseinheit zeigen von seinem Windrad. Da werden wir jetzt einmal raufgehen, weil wir sind heute ein wenig auf der Alpen. Und da oben ist das geniale Stück. Also, ich ziehe da einen Hut. Freunde, hier ist Do-It-Yourself vor den Herren. Wie schon erwähnt, wir sind ein wenig hier auf der Alpen. Ich glaube, knapp 880 Meter Seehöhe. Hier bläst immer ein wenig der Wind. Und der Mr. Meining natürlich interessiert das Windenergie-Thema enorm, weil die Sonne, sie schickt uns halt nicht immer Energie. Und der Christoph und sein Vater, das sind schon wirklich wahre Perfektionisten. Das sind Ödelfässer, die, was sie mehr oder weniger aufgeschnitten haben, perfekt verarbeitet. Also im Bereich der Handwerkskunst absolute Koryphäen. Und hier geht es jetzt darum, sie tüfteln ein wenig rund um den Bereich vom Generator, weil sie einfach da nicht ganz zum Schmeißen kommen im unteren Leistungsbereich. Dass das passt, auch wenn sie hier auf der Alm sind und dieser Wind, wie er jetzt momentan ist, hat mir der Christoph gesagt, das ist der Normalzustand. Das ist ein wenig was von der schönen Gegend. Seht's, wirklich auf der Alm gibt es keine Sünde. Aber vielleicht haben die Winterenergie-Experten hier auf YouTube eine Idee, was hier der richtige Generator ist. Wie gesagt, der Generator, was ich euch vorher gezeigt habe, ist nicht ganz der Optimale. Da sind sie ein wenig unglücklich, weil sie im unteren Leistungsbereich nicht wirklich zum Fahren kommen. Wirklich grenzgenial. Leute, das war richtig, richtig hacken. Also ich würde wirklich sagen, da sieht man mal, was im Bereich der Do-It-Yourself-Experten alles möglich ist. Und ich bin natürlich immer wieder froh, wenn jemand uns anschreibt auf der Kanal-E-Mail-Adresse und wenn das auch ziemlich weit weg ist. Der Mr. Meining hat da schon die Muse, enorme Wegstrecken auf sich zu nehmen, um coole Projekte von anderen Do-It-Yourself-Künstlern zu zeigen. Weil ich einfach meine, das muss viral gehen, dass die Leute sehen, was alles möglich ist, wenn man ein wenig Power, Muse und auch die Kraft und die Motivation hat, hier etwas umzusetzen. Ihr seht es, es wird jetzt ein wenig langsamer. Ich werde jetzt mal runtergehen. Und hier haben sie mit allerhand Übersetzungen gearbeitet. Ich knie mich da jetzt ein wenig hin. Und ich werde jetzt versuchen, ja, ich schaffe es nicht, reiß mir die Hand ab. Ich habe das jetzt versucht, immer kurzzeitig zum Abbremsen. Hier im Prinzip haben sie getüftelt mit den Übersetzungen. Großes auf kleines Rad. Aber ich schaffe es nicht mit der Hand, das zum Abbremsen. Es wurde längsamer. Aber einfach diese Angriffsfläche hier ist so enorm. Aufgeschnittene Ödelfässer. Ich habe auch schon beschlossen, den Christoph, mein vertikales Windrad zur Verfügung zu stellen, um das zu testen. Auch hier hat er Interesse daran. Ich werde das zur Verfügung stellen. Jetzt lasst es ein wenig nach. Aber jetzt baut sich schon ein wenig ein Drehmoment auf. Ja, und da geht es jetzt darum, bei dieser Geschichte zu schauen, was ist der richtige Generator. Und wie gesagt, der, was ich euch vorher gezeigt habe, der 2kw-ige, das ist doch ein wenig zu viel. So, liebe Freunde. Ja, ich hoffe, ihr habt ein paar Antworten für uns, was hier der richtige Weg wäre. Was für einen Generator, was für ein Übersetzungsverhältnis ihr da meint, was der richtige Weg wäre. Der Christoph hat da schon ziemlich viel herumgeschissen. Wie gesagt, den Generator, was ich euch vorher gezeigt habe, 2kw, der hat dann doch rund 650 Euro gekostet. Das ist schon alles richtig Asche. Scheinbar ist der ein wenig zu stark. Hier geht es ja doch primär ein wenig darum, im unteren Leistungsbereich, dass man da ein wenig was in die Reihe bekommt. Ihr werdet es jetzt gerade merken, der Wind, der bläst jetzt ordentlich von der Stelle. Also da geht schon richtig was zur Sache. Und wenn Sie wirklich Muse und Idee haben, bitte schreibt es rein in der Kommentarleiste, dass sich auch die Windenergie-Experten ein wenig austauschen. Ich sage danke für euer Zuschauer und bis zum nächsten Mal. Euer Mr. Heining. Tschüss. Baba.